Yo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier und ich wollte einfach mal Danke sagen. Denn wir haben die 1000 Abos geknackt. Mega, mega cool. Ich bin euch so, so dankbar. Vielen Dank an alle, die das ermöglicht haben. Mega, mega cool. Ich freue mich da wirklich extrem drüber. Und auch einfach super, super geil, dass ihr bis jetzt den Weg mit mir gegangen seid und hoffentlich auch noch weitergehen werdet. Ich bin, ja, ich bin mega, mega happy. Ich hätte wirklich, ja, vor zwei Jahren ungefähr habe ich angefangen, nicht gedacht, ja, dass es irgendwann bei den 1000 Abos ist. Aber jetzt ist es wirklich so. Und ja, ich bin, wie ihr vielleicht auch merkt, ich bin gar nicht so gut, so gute Worte zu finden. Aber ich bin euch einfach wirklich sehr, sehr dankbar. Und ja, mega, mega cool. Und ja, ein besonderer Dank geht auch noch raus natürlich an DTV, denn er hat mich auf jeden Fall mal in eines von seinen Videos reingeholt. Und das hat mich, glaube ich, bei ein paar Leuten von euch auch auf jeden Fall so auf die Bildfläche gebracht. Und ja, dafür bin ich auch mega dankbar. Und ja, es ist einfach eine geile Community. Es gibt sehr, sehr viele coole Yugi-Tuber da draußen. Ich werde jetzt auch gar nicht alle aufziehen, sonst vergesse ich nur jemanden. Aber unfassbar viele coole, nette Leute, die mir auch hinter den Kulissen echt immer coole Tipps und Support gegeben haben und so. Und deswegen, ja, folgt allen coolen deutschen Yugi-Tuber. Es gibt einige davon. Und ja, ich bin sehr dankbar, einer davon zu sein, auch wenn ich einer der Kleineren bin. Aber ja, mega, mega cool. Das habe ich super oft mega und super oft cool gesagt. Ich glaube, viel mehr ist einfach gar nicht zu sagen, außer nochmal vielen, vielen Dank, Leute. Und ja, vielleicht noch eine Sache. Und zwar habe ich noch einen anderen YouTube-Channel, wo ich... Das hat nichts mit Yu-Gi-Oh zu tun. Ich mache da so Comedy-Zeugs und so. Und der Channel ist auch noch sehr klein. Und wenn irgendjemand von euch so ein bisschen auf Comedy und Sketche steht, checkt das auch sehr gerne mal aus. Das ist aber wirklich kein Zwang. Da freue ich mich natürlich auch über jeden Abonnenten so. Das ist auch sehr, sehr cool. Aber darum soll es jetzt gar nicht länger gehen. Einfach noch ein letztes Mal vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, ich sehe euch in Zukunft auch noch häufiger hier. Euer Francis Gaming.